So, noch eine Skitour. Hinterher, nach dem 13. Horn, geht es jetzt noch auf Ski-Nights Horn. Wir sind auch direkt wieder beim Lift gestartet und ja, mal schauen, wie die Bedingungen sind. So, es geht weiter. Und eventuell ist hier die Bedingungen. Da rechts ist die Spur. So, da kommen wir mal her. 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 So, da kommen wir mal her.